Ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem Käpt'n Eigeru euch einen Eintopf gemacht hat. Dafür nehmen wir einen Kochtopf mit Erbsen, Pfeffer, gut salzen, Lorbeer-Goletta und eine Erdnuss. So lange die Erbsen kochen wird geschnippelt. Juhu! Nun kommen auch die Würstchen und die Möhren rein. Durchrühren und köcheln lassen. Essenszeit! Juhu! Juhu! Mmmmm!